Nachdem Gott seine Welt geschaffen hatte, setzte er sich auf seinen Stuhl und betrachtete lange sein Werk. Still war es und warm und schön, fast blieb die Erde in ihrer Drehung stehen. Nichts war zu viel, es fehlte nichts und nichts gab es noch zu wollen. Bis Langeweile damals wuchs, ein leises Lüftchen Wehmut blies und Übergruss, zu viel Stille, Rosa und Gold, zu viel Wohl, zu viel Paradies. Gott sprang auf, schuf sich die Sehnsucht und seine Geste, die Menschen. Amen. Amen. Ich habe jetzt eine Verschleunung. Ich habe jetzt die Sehnsucht, die sich auf den Weg zu machen. Ich habe jetzt eine Verschleunung. Ich habe jetzt zwei, zwei, drei, 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 vier Jahre. Ich muss jetzt auch die Verkaufeln anziehen. Ich habe jetzt eine Verschleunung. Sie müssen das eine Verschleunung. Ich habe jetzt einen Verschleunung. Was ist das? Stopp! Ich steh' dem Hahn, und ich steh' dem Hahn. Ich will eine Minute, nur eine Minute, nicht mehr als eine kleine Minute, eine kleine Minute, nur eine kleine Minute, nur eine Minute. Kommen Sie herein und machen Sie es sich bequem. Ich freue mich über jeden Gast, egal ob länger oder nur für ein Glas. Wunderschön! Wunderschön! Bitte! Wunderschön! Wunderschön! Was geschieht im Müge? Wunderschön! Na, mehr als so wunderschön. Wunderschön! Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Einer Umstände, kein Problem, wenn sie, ja, mauche den Pfarr. Schmerz, 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 schmerz. Schmerz, 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 schmerz Eine kleine Kaffeele-Karren! Nein, ich werde dich heute nicht anfassen! Das ist mein Freund, mein Ein und Aller! Aber sie kann nicht fliegen! Kann nicht fliegen! Schie, 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 schie! Wir brauchen einen! Na es dann Aaaah und Training Cockplay Jetzt streh. Nachts kommen Kr vista. Machst du Prennen? Schieёнst du víancen? Ja, ich spreche dir daran zu, sagen! Schie, sche, sche, schie, schie! Klitze Klitze Kleitze 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 Kleidung ist nicht gut Ich brauche blöcke noch etwas was sch Straße Etwas was sprechen kann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020